Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen, nur auf lotto.de Es ist Mittwoch, der 7. Dezember. Schönen guten Abend, willkommen zur Ziehung der Lottozahlen. Wie immer natürlich live hier aus Saarbrücken. Schön, dass Sie mit dabei sind. Alles ist ordnungsgemäß überprüft. Ich drücke die Daumen, Ihnen allen jetzt Fiebern. So, die Reise mit unserem Doppelhaus, die geht weiter am Saarbrücken, das Gasbrücken, 1. Dezember 6er. Heute geht es um 27.000 Euro, 1. Dezember 6er. Natürlich vermutlich, das kostet eine Lottozahlen. Und diese erste Lottozahlen sollten Sie schon mal auf den Schaden. Die 4. Ja, also kein 24-6er. Letzember 6er. Letzember 6er. Und die 6er. Die 4. 2. 1. Dezember 6er. Und selten war es so. Und jederzeit in der Lottozahlen, die wir in der Lottozahlen setzen. Die nächste ist die 14. Und wenn ich 8,2 Millionen Euro rausgehe, die 6.000 Euro bezahlen, dass das ganz was auch nicht ist. Aber da hatten wir nicht den Ziffern gesetzt. Und der Schein ganz klar ist der Dekunsch und der Schein ist der Dekunsch. Nächste, die 16. Und eben die Spielsbesitzung. Daher haben wir eine ganze Aufregungsschance. Letzten Rieskarten. Wir haben das Wagen-Württemberg zugeschlagen. Alle so Ziffern haben gepasst mit dem Schein. Dekunsch zu 377.000. Sie können das nicht so gut. Nächste ist die 9. Und ebenfalls das Wagen-Württemberg. Hier nochmal 1.000 Euro. Das ist die 1.000 Euro. Aus Super 6. Also auch der Dekunsch ist ja auch ein ganz schönes Wagen. Tollet. 30. Wir gucken mal wieder so ein bisschen auf die Statistik. Letzte Zahl. Lohnen für die 1.000 Euro. 21.000 Euro. 20.000 Euro. 31.000 Euro. Beide jeweils über 6.000 Euro. Das letzte für heute ist die 37.000 Euro. So, hier nochmal die 6 Richtigen. Gucken wir mal. Wir haben ja noch 7 Ziehungen. Sind es noch? In 2022. Da tut sich vielleicht noch ein bisschen was. Jetzt kümmern wir uns erstmal natürlich um die Ziehung der Superzahl. Ich drücke nochmal jetzt die Daumen. Vielen Dank. 27 Millionen Euro. So. Was wäre das für einfache Beine als fest? 4.8. Und innen die Winde. 2.1. Und wenn sie jetzt schon die 6 Richtigen haben. Dann kann jetzt vielleicht auch die passende Superzahlung. Die heute fällt. Hat sich schon hin gelassen. Die 8. So. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen an. Los geht's mit den Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 4. 14. 16. 30. 37. 39. Und die Superzahl. Jetzt noch die Gewinnzahlen der Zusatzloch zu nehmen. Los geht's mit Super 6. Da gewinnt 5. 1. 3. 5. 5. 2. Und noch die Gewinnzahlen im Spiel. 77. 4. 9. 7. 1. 5. 4. 8. So. Das war's. Eine neue Chance. Wartet wie gewohnt natürlich. Pünktlich. 19. 25. Kommenden Ganztag. Wie immer natürlich gleich gehaust. Bis dahin. Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss. Machen Sie's. Hi. Wie immer ein Frauenküssen.